Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Walking Dead For A New Days. Und zwar, als ich mich hier gerade reingeloggt habe, habe ich gesehen, wie irgendeine Hand von der Figur, die wir scheinbar sind, die hat das Foto von Vince weggenommen. Kurilos, oder? Und jetzt können wir uns entscheiden, nehmen wir White, Shell, Bonnie oder Russell. Ich würde erst mal sagen, also ich würde sagen, ich würde sagen, erst mal eine Frau, Shell oder Bonnie. Ich klicke mal zu Bonnie. Mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Der Turm ist leicht übergelaufen. Okay, ich habe einen. Ein Schlange für eine Tongue. Du bist so schlecht an das. Würde du lieber eine Schlange für eine Tongue haben? Awful. Oder Lobsterklauen für Hände. Bonnie, Tag 236. Kann ich diesen Schlangen kontrollieren oder hat sie freiwillig? Freiwillig. Um was für eine Schlange geht es hier? Ich denke. Ich denke, du denkst hart. Und wie genau du denkst hart? Ich weiß gar nicht, warum es geht. Schneck-Tung. Gross. Was? Wie ist das mehr gross als Lobsterhands? Also, für einen ist es in deinem Kopf. Hey, du hast die Frage, Haas. Ich weiß gar nicht, warum es geht. Okay. Wie geht es? Oh, never mind. Ich sollte wahrscheinlich stoppen buggen Sie mit stöpigen Hypotheticals. Oh, komm. Du wäre viel weniger Spaß. Du hast viel mehr Spaß gemacht. Du fühlst dich besser? Ich denke, ich bin. Du bist sicher. Du fühlst dich besser. Aber ich muss sagen, dass alles ein Veränderungen ist. Das kam aus falsch. Was ich meine, ist... Ich meine, du war... Du war... Du war... Du bist... Du bist nicht perfekt, Herr Lobsterhands. Vielleicht sollte ich ein Minute auslesen. Ich habe deine Fehler, wie du sie möchtest. Ich? Ich bin perfekt. Das ist richtig. Und du bist ähnlicher als Dirt. Look, als ob du das alles weg bist, kannst du all die Fehler, die du möchtest. Ich meine, aber... Nachdem wir dich gefunden haben, bist du immer so hooked auf das alles. Ich habe nie gedacht, dass du es machen würdest. Du bist noch aus den Wald, ich weiß. Aber du bist ein langer Weg, Bonnie. Ich bin stolz von dir. Du bist ein guter Freund, Leland. Ich weiß. Okay, du bist nicht so großartig. Look, du weißt, dass ich nichts zu gehen, nicht wahr? Als lange wir uns zusammen sind, ich bin da für dich. Du musst dich überraschieren. Du weißt das, nicht wahr? Ich weiß. Gott, Leland. Danke dir. Bonnie, ich... Leland? Bonnie? Dee! Hey, honey. Oh. Oh, no. Ich habe uns etwas gefunden. Was sind Sie zwei auf? Ich habe nur zu sprechen. Chattin', okay? Was ist das? Oh, um, well, um, lobsters. Lobsters. Well, fischen. Ich habe es mir wert, dass ich ein Schuss für die Essen war. Leland, du möchtest fischen. Das ist total nicht wahr. Und wie viele Tage hast du fischen? Was? Ich gehe fischen all the time. Cauchte dich, nicht wahr? Ich bin ein Schuss. Ich bin ein Schuss. Ich habe dich ein Schuss. Oh, du solltest nicht haben. Was hast du? Ich erzähle dir später. Ich will nicht interrumpen deinen Gespräch mit deinem Freund, aber wir müssen gehen. Sie denken, wir... So, woher hast du die Bag, Dee? Dee? Dee, du hörst mir? Let's keep moving. Ich fühle mich, ich fühle mich in eine Washing Machine all day. Ich würde mich für eine Towel gerade jetzt. Oder einen Blöder. Ja, das ist der Lord, wir uns einen Blöder. Hey, Dee, wenn wir zurückkommen, würde ich mir ein bisschen von diesem Nail-Polisch kaufen? Sure, hon. Du möchtest diese Farbe? Es ist mein Lieber. Und nach heute, ich könnte eine neue Beine benutzen, you know? Same hier. Ich fühle mich wie ein Drowned Rat mit diesen Klauen. Not to interrupt the Girl Talk hier, aber, Dee, das Bag... Look, ich habe es nach der Straße ein bisschen, okay? Where, nach der Straße? Ein Ort aus dem Weg. Damn, Dee, du hast uns mehr als das. Was jemand da? Ich glaube nicht so. Du denkst nicht, oder du wissen? Das sind die gleichen Dinge, Leland. Just sag uns, Baby. Du hast sicher ganz auf mich auf mich, heute Nacht. Honey, das ist nicht wahr. Sag mir eine Woche du mit mir in der letzten Woche. Der letzte Woche! Okay. Ich kann mich nicht auf einen speziellen, aber ich weiß, dass ich habe. False. Das ist wie alle unsere Fälle gehen. Every time. Jetzt, wir stehen hier in den Wald, socken durch, und für was? Nichts du willst nach dem Camp vor der Nacht? Ich bin derjenige, der stopped. Wir müssen gehen jetzt, jetzt. Aber du bist derjenige, der hat mich verletzt. Irregardlich, wir können einfach so einfach carry-on wie das, während wir gehen. Oh, ich habe es mit dieser Attitüte. Wenn du willst, dann in der ganze Zeit, und jetzt in der ganze Zeit, 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 in der ganze Zeit. Das ist zu laut. Das ist zu laut. Das ist zu laut. Bonnie, darling, ich bin sorry, wir... Darling? Dee, come on. Save it. I know what side your bread is buttered on. Oops. Yours, too. Dee, now's not the time. Whatever issues we got, we'll hash them out later. I refuse to get in the middle of this. Well, too bad. You already are. Oh, I'm sorry. I just want to get somewhere where I can change my clothes, and then you and your girlfriend can... Oh, shit. Oh, no. Oh, God, run. Come on, we gotta move. What are you talking about? Oh, shit. Nicht so laut. Stop going so fast. Oh. Was? Ja, warum haben die so rumgeschrien? Boah, ist das mies. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Warum schießen die auf sie hier? Ja wer ist das und warum jagen die die? Die können doch nicht überall sein Aber warum jagen sie die? Oh Mama, watch over me Ich mach doch Ich muss gar nicht die Maustaste bewegen, sondern ich muss die Dings bewegen Jetzt ist es bestimmt Dieland oder Dee oder? Ach nee die hatten keine Taschenlampe Doch sie, oh fuck Oh das Auge Warum hat sie eine Taschenlampe? Warum hat sie nichts gesagt? Oh Gott Oh Gott Oh 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 Ich habe immer... ...trusted in dir. ...eine... ...eine Junkie. Leelund... ...sie... ...sie hat das gemacht. Ich... ...ich habe ich nicht gedacht, D! Ich bin Gott, ich habe nicht gedacht! Du... ...ich liebe ihn. Ich habe ihn gesehen. Sie sehen, du... Ich... ... ich... Nein! Gott! Entschuldigung! Ich brauche ihn! Ich brauche Sie beide! Du... ...b****... ...marsch... 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 ...eine Junkie! Leelund ist nur ein Freund! Ich habe nicht gesagt, D! Ich habe nicht gesagt, D! Ich bin Gott! Du... ...Junkie! Uh-oh... Oh... ... Bonnie, ich... ...die das trap... ... créer atrás... ...Jesus... ...kannst du? D! Oh Gott, was passiert... ...Oh Jesus! Oh Gott Bonni! Was passiert! Oh mein Gott D! ...D! ...Darlin! Was passiert, D! ...Du... 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 ...I... ...uh... ...ich... Was? Wieso musste ich das tun? Das ist mein Unfall. Ich hab mal gelogen. Ups. Okay. Ich hab sie gesehen. Oh. Das ist ja mal echt scheiße gelaufen. Augen schon freigeschaltet. Freigeschaltet. Der da. Das war ja mal echt scheiße gelaufen. Ah, jetzt hat er wieder das Dings hier abgenommen. Das Foto. Wer nimmt hier eigentlich die Fotos ab? Wen spielen wir hier? Das frage ich mich. Das würde ich echt gerne wissen wollen. Wen wir hier spielen. Oh, 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 oh. Ja, sie ihn zum Schluss nochmal belügen. Ich glaube, es hätte so oder so nichts gebracht. Es musste zu diesem Ausgang kommen. Denke ich einfach mal. Weil, ähm, ja. Ja. Es hätte nichts gebracht, was wir auch getan hätten. Ich frage mich nur, was wäre gewesen, wenn wir... Nicht, äh, wenn wir nicht zugehauen hätten. Was wäre dann passiert? Hm. Das würde mich echt nochmal interessieren. Ich glaube, das probiere ich nochmal und zeige euch dann, was passiert. Ja. Ach ne, kann ich euch gar nicht zeigen. Weil... Nö, geht nicht. Geil, wir können das nicht nochmal spielen. Hä? Hä? Stimmt, wir können das gar nicht nochmal machen. Weil... Ne, geht nicht. Ne? Hm. Aber das würde mich echt mal interessieren. Was wäre gewesen, wenn wir nicht zugeschlagen hätten? Was wäre dann passiert? Oh, das würde ich jetzt gerne noch hier hinten dranhängen wollen. Aber ich, äh, es geht nicht. Ich sehe nicht, wo es gehen könnte. Ist ja doof. Hm. Gut. Dann verabschiede ich mich erstmal hier für die Folge. Und als nächstes werden wir dann, äh, mit dem Wait, glaube ich, weitermachen. Denke ich mal so. Ja, also denn, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Das war Bonny. Das würde mich echt interessieren. Hm. Naja. Gut, also bis zur nächsten Folge. Tschüss.